Sie nennen mich Prophet. Und ich allein weiß, was auf uns zukommt. Der mächtigste Alien, der Alpha-Seth, lebt noch. Ich habe gesehen, was kommen wird. Können Seth der Stufe 2 eine Welt aufgrund des Widerstandes der nativen Bevölkerung nicht terraformen, wird Stufe 3 initialisiert. Stufe 3 bedeutet die Ankunft hochentwickelter Seth-Krieger direkt aus der M33-Galaxie. Wir wissen nicht viel über die Aliens der Stufe 3, aber von einigen genetischen Parallelen mit den irdischen Seth abgesehen, unterscheiden sie sich vermutlich gänzlich von allem, was wir kennen.